Und vielleicht auch teilweise von einem Messeuntergang gesprochen wird. Ich glaube ganz fest an die Regionalmessen. Die Regionalmessen haben eine natürliche Community. Ich finde, es ist eine hervorragende Plattform für das Gewerbe, aber auch für die Industrie, damit sie ihre Produkte und ihre Dienstleistungen präsentieren. Und das sieht man auch, wie toll sie das machen mit viel Liebe und Engagement, wie sie ihre Stände aufbauen, um nachher ihr Produkt auch zu präsentieren. Das ist wichtig auch für die Zukunft. Und das ist eigentlich Live-Kommunikation. Und der EMA ist Live-Kommunikation und wird das auch in Zukunft bringen. Das ist das, was erfolgreich ist, dass man bei den Leuten nahe ist, dass man möglichst viele Aussteller aus der Region gewinnen kann. Aber die andere Seite ist sicher auch der gesellschaftliche Treffpunkt, der enorm wichtig ist, dass da eine ganze Region vorbeikommt. Man trifft sich, man macht einen gesellschaftlichen Austausch und auch am Abend darf natürlich das Festen nicht fehlen. und es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Vielen Dank.